Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Eigentlich hat heute jedes Smartphone die Funktion des Weckers auch mit an Bord. So auch das Gigaset GS5. Und wir wollen uns in diesem Video mal damit beschäftigen, wie wir so einen Wecker stellen, wie wir ihn programmieren, wie wir ihn auch ändern können, einen hinzufügen können oder auch löschen können. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal mit dem Wecker beschäftigen vom Gigaset GS5. Und zwar, eigentlich hat ja jedes Smartphone auch eine Uhr dabei und dementsprechend auch die meisten einen Wecker an Bord. Und warum sich nicht diesen Wecker zunutze machen, wenn man höchstwahrscheinlich eh sein Smartphone abends mit ans Bett nimmt und der letzte Blick, den man irgendwie tätigt, noch da drauf fällt, dann kann man sich auch den Wecker stellen. Wir wischen hier einmal hoch in die Apps und müssen jetzt die Uhr aufsuchen. Die Uhr ist dieses Symbol hier unten. Unser Gerät ist jetzt aktuell noch relativ frisch eingerichtet. Da haben wir noch gar nicht viel außer WhatsApp an zusätzlichen Apps drauf. Ist halt nachher die Frage, wenn ihr ganz viele Apps habt und die Uhr sucht, kann sein, dass es ein bisschen schwierig ist, die dann nachher hier zu finden. Ihr könnt aber auch hier oben in Apps einfach dann Uhr eingeben und siehe da, dieses Symbol bleibt stehen. Ich klicke das einmal an und dann starte ich auch in dem Bildschirm dieser App der Uhr. Ich habe hier oben dann noch andere Funktionen. Hier gibt es eine Stoppuhr, hier gibt es einen Timer und eben auch den Wecker. Und jetzt sehe ich hier, es sind schon zwei Wecker werkseitig so mitgeschickt, mitgeliefert sozusagen. Die sind dann natürlich auch ausgestellt und die können wir jetzt einfach anmachen sozusagen. Dann schiebe ich diesen Regler nach rechts und damit ist der Wecker aktiviert. Und andersrum ist er deaktiviert. Wenn er aktiviert wird, kriege ich hier unten die Info, wann er denn das nächste Mal klingelt. Und dieser Wecker, wenn ich mir den jetzt noch genauer angucken will, dann klicke ich da einfach drauf und ich sehe, dass Wiederholen angehakt ist. Und zwar eben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags. Samstag, Sonntag klingelt er nicht. Vibrieren ist zusätzlich eingeschaltet. Da ist auch der Haken drin. Als Klingelton hier mit der Glocke vorweg sehe ich Standard. Das ist Acknowledge. Und einen Namen kann ich dem Wecker noch geben und ich kann ihn löschen. Und ich kann auch das ganze Menü einfach wieder zuklappen und gucke mir den nächsten Wecker an. Das erstmal so zum generellen Handling. Jetzt wollen wir mal zum Beispiel diesen Wecker hier verändern und sagen, der soll nicht nur Samstag, Sonntag klingeln, sondern auch Freitags. Dann klicke ich einfach da drauf. Stattdessen soll er sonntags nicht klingeln. Als Klingelton wähle ich mir dann hier etwas aus und kann zum Beispiel sagen, hier Medieval. Oha, das wäre mir ein bisschen zu grell. Okay, das war es schon. So, Taipei Wake Up lassen wir drin. Vibrieren sehe ich ist angeschaltet. Das kann ich auch nur an und aus machen. Mehr Möglichkeiten habe ich da nicht. Dann kann ich hier noch einen Namen vergeben, indem ich in das Textfeld klicke und sage zum Beispiel hier jetzt einfach Wochenende. Wochenende, so, okay. Dann hat das Ganze jetzt auch einen Namen und ja, das war es im Prinzip schon. Ich schalte den noch an. Natürlich, wenn ich die Uhrzeit noch verändern will, dann klicke ich hier drauf. Kann jetzt über diese Uhr die Uhr stellen, über diese dargestellte Geschichte. Dann stelle ich in dem ersten Schritt die Stunden. Das ist dann zum Beispiel, sage ich jetzt, ich sage mal 10 Uhr und dann wechselt er automatisch auf die Minuten. Dann kann ich jetzt sagen, hier 10.15 Uhr zum Beispiel. Alternativ kann ich das auch hier mit der Tastatur einfach eingeben und kann jetzt hier sagen, 10 Uhr, so, sagen wir jetzt mal 10.20 Uhr, okay. Und der Wecker klingelt in zwei Tagen, 18 Stunden, das kann man so schnell kaum lesen, seht ihr. Und genau, das ist dann nur noch eine Info, wann er klingelt. Und der klingelt jetzt freitags und sonnabends, wie ich sehe und das eben jede Woche. Also er wiederholt sich automatisch. Das kann ich hier auch eben abstellen, wenn ich sagen möchte, nein, der Wecker soll nur einmal morgen klingeln, um 10.20 Uhr zum Beispiel. Oder wenn ich mir einen Alarm stelle, vielleicht für einen Termin, den ich nachmittags habe, dann kann ich das genauso handhaben. Und ohne das Wiederholen sehe ich ja auch, sind die ganzen Wochentage dann weg. Wenn ich das wieder aktiviere, sehe ich, Freitag, Samstag ist noch ausgewählt. Das merkt er sich also. Und ich kann hier den Wecker einfach ausstellen und anstellen. Und hier unten habe ich dann die Möglichkeit, über das Plus eben noch einen Wecker hinzuzufügen. Los geht es dann bei der Uhr. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Nachmittagstentermin beim Friseur. Der ist dann zum Beispiel um 16.30 Uhr. So. Okay. Und dann, ja, wiederholen braucht er nicht. Vibrieren ist in Ordnung. Als Name würde ich dann natürlich eben sagen, hier zum Beispiel Friseurtermin. Oder ich sage einfach nur Friseur. Achso, da steht es ja schon. Zack. Okay. Und, ja, das war es schon. Ausschalten kann ich hier noch auswählen. Gut, das bringt mir nicht viel. Das kann ich auch da machen. Das war es im Prinzip schon. Und, ja, dann klappe ich das Ganze zu. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch hier einen Wecker einfach löschen. Wenn ich jetzt den aufklappe und gehe hier auf Löschen, dann verschwindet der auch einfach ohne weitere Rückfragen. So einfach funktioniert das mit dem Wecker. Ja, da kann sich jetzt jeder mal ein bisschen dran ausprobieren und, ja, sich für morgens, montags bis freitags oder wann auch immer einen Wecker stellen. Oder eben eine Erinnerung an einen Termin. Wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.